Hallöchen meine Bärchen und herzlich Willkommen bei einem weiteren Part mit Ori and the Blind Forest. Beim letzten Mal sind wir ja stehen geblieben. Bei dem... da? Bei dem da? Ja. Ha! Warum hat's das letzte Mal nicht so geklappt? Ich hab keine Ahnung. Ähm... Okay. Oh, wir können rüber! Oh, wir können rüber! Ah, Gott! Okay. Ich dachte, wir müssen da runter. Gut. Können wir da... wir können da runter. Autsch. Oh. Oh, 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 oh. Hm. Tödlicher Auswecher. Ich möchte irgendwie diese Tina... ...da kaputt machen. Hm? Oh! Ah! Ähm, 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 ähm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh! Ah, lasst mich in Ruhe! Hä 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 hä. So kann man natürlich auch ausweichen. Ähm. Hä 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 hä. Gut, der ist schon mal tot. Der nicht. Los, danke. Gut. Ähm. Ich glaube, wir hätten zuerst nach oben gehen müssen. Schade. Ähm, warte, wir sterben einmal. Ich möchte einfach schauen, was da oben ist. Dankeschön. Einfach, um zu schauen, was da unten ist. Oh, voilà. Dankeschön. Was jetzt wahrscheinlich für manche sehr unbüroßig klingt. Oh, ouch. Okay. Was haben wir? Oh, noch so ein Flieger. Gestillten. Ah. Hier haben wir so eins. Hier haben wir so eins. Oh, 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 mein Gott. Oh, mein Gott. Was war los? Warte, wir speichern hier einmal. Oh. Oh, 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 oh. Hallo, 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 hallo. Oh. Wie macht man das nochmal? Dafür braucht man irgendeinen anderen Schlüssel. E? Achso, nee. Hm. Ich versuche jetzt nochmal da hochzukommen. Mal sehen, ob das da hochgeht. Nein. Schade. Schade. Wie süß die Musik ist. Okay. Trotzdem müssen wir hier lang. Leider doch nach unten. Oh. Oh, den habe ich jetzt vergessen. So. Schnell aber gestötet. Das war ja nicht das Problem. Oh, oh, mein Gott. Den habe ich jetzt aber wieder vergessen. Oh. Oh, 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 hallo. Nein, bitte nicht. Schön. So. Oh. Das war eventuell knapp. Äh. Au. Ha. Okay, okay. Da haben wir wieder eine Seelenverbindung. Hä? Hier kann man an mehreren Orten runtergehen. Hä? Wie gemein ist das denn? Na, du kommst wieder hoch. Gut. Warte. Hier sind wir hoch. Ah. Hier sieht man ja trotzdem... Ich meine, hier sind wir sogar hoch. Kann das sein? Oh, mein Gott. Wir sind hier hoch. Ich erinnere mich wieder. Hä? Wo sollen wir denn dann bitte hin? Oh. Oh, 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 oh. Na, einmal noch. Danke. Oh. Hier waren wir. Okay, das verwirrt mich jetzt komplett. Aber sowas von komplett. Wo sollen wir denn dann hin? Oh, nein. Ja, okay. Das ist jetzt... komisch. Da wieder hin. Du stirbst am besten sofort. Und... Und schwupp. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Grünes Vieh. Genau in die Stacheln rein. Das wollte ich doch. Und tot. Vielleicht spechern wir da oben mal. So. Wo wollen wir dann nochmal sterben drunter? Und schwupp. Oh. Das war gerade leicht. Leggy. Ah. Oh, nicht schon wieder. Was soll das denn? Warum hält der sich nicht fest? Und schwupp. Oh, nein. Das... Ich werde nicht mehr. Komm schon. Nein, nicht so weit. Blablablamlamlamlamlamlamlam. Und hoch mit uns. Nein, nicht hoch mit uns. Oh, jetzt aber. Doch nicht so weit. Okay. Irgendwie will ich da jetzt ganz schnell hoch. Weil ich keine Ahnung habe. Oh, 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 oh. Oh. Wo wir hier überhaupt lang müssen. Sie, seht ihr? Das Ding hatten wir doch auch letztes Mal schon. Oh, ich bin ja schlau. Ich bin ja schlau. Wir sterben... Wir sterben... Also, ich sterbe gerade so ziemlich an den unnötigsten Sachen. Hallo. Hallo. Okay, das war's. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, das war knapp. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich doch drüben weiter. Oh, danke. Autsch. Ich frage mich nur gerade, ehrlich, wo? Weil ich das echt nicht verstehe. Warte, vielleicht haben wir ja nochmal in unseren Optionen Steuerung. Karte, Greifen, Sprung, Stampfen, Supersprung, Seiten in Verbindung. Nein! Das verstehe ich ja jetzt nicht. Müssen wir da weiter rum? Au. Nee, da oben müssen wir auch nirgends vorhin. Hm. Wie haben wir die nochmal aufbekommen? Nee, damit auch nicht. Ich verstehe das nicht. Und die Musik ist gerade ziemlich laut für mich. Oh. Dankeschön. Hier muss ich auch... Oh. Ah, da ist eine Branche. Da kann ich nicht weiter. Oh. Da muss ich weiter. Jetzt habe ich es. Oh nein, lässt er mich da hoch? Ja. Wo bin ich hier? Oh nein, ich will da oben bleiben. Äh... Äh... Hä? Ah. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Erzähl es mir. Oh. Oh. Hehehehehe. Okay. So. Mit. Tja. Hm. Nee, das ist alles nicht so, wie ich es vorhatte. Hm. Wie mache ich das jetzt? Das ist ja alles irgendwie doof. Und da unten muss ich ganz sicher nicht weit? Oh mein. Nee, von da komme ich ja. Hä? Oh, ich verstehe das nicht mehr so ganz. Oh, Autsch. Danke. Ich verstehe das nicht mehr. Wo müssen wir hier hin? Oh. Oh, oh, oh. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Oh, Autsch. Stopp. Okay. Ich hab echt keine Ahnung. Das ist weniger gut. War vielleicht... Nee, das können wir nicht, oder? Ich will da durch! Oh. Jetzt hab ich da gespeichert. Auch gut. Ähm... Ähm, ähm, ähm. Okay. Dann schauen wir halt jetzt ein bisschen durch die Gegend. Wo wir vielleicht hin müssen. Oh, such mal. Alle dort. Alle dort. Aber ich glaube eher weniger, dass wir wieder zurück müssen. Weil sonst hätte es doch irgendein... Weiß nicht, irgendein Klicken gegeben. Oder wie wir das letztes Mal hatten mit diesem Windstoß. Oh, warte. Ich speichere lieber mal hier. Weil dann haben... Lebensretter? Okay. Dann haben wir nämlich volles Leben plus volle Energiezellen. Hier nach unten müssen wir auch nicht. Ich verstehe leider auch nicht so... Welchen Schlüssel wir hierfür brauchen. Das ist mir alles noch ein bisschen schleierhaft. Das war dann wieder eine... sehr... erfolglose Folge. Mit nur komischen Hergehütten. hat das geklappt? Nein. Leider nicht. Was müssen wir denn da machen? Danke. Spuckst du jetzt auch noch mal was hoch? Hm? So. Ne, müssen wir auch nicht rein. Schade. Ich bin noch ein bisschen am Rätseln. Au. 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 Gut. Ja. Das wollte ich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist doch alles doof. Ich mag den Nebel Forest nicht. Man sieht nicht, wo man hin muss. Komm. Komm ich da... Nee, da kommen wir doch gerade. Hä? Ich muss wirklich da hin. Aber ich hab halt keinen blassen Schimmer. Wie wir das mit diesem Schlüssel machen wollen? Autsch. Oh, jetzt war's Autsch. Tschüss. Oh. Ja, das war schlau. Oh, keine Spindel da. Au. So. Ihr müsst mir jetzt weiterhelfen. Wie mache ich das mit diesem komischen Schlüssel? Oh, warte mal was. Hä, wir sind hier gar nicht richtig. Ich dachte, wir wären da richtig. Ja, anscheinend sind wir hier richtig irgendwo. Nee. Oder ist das nur das, was... ...wir eingespeichert haben? Hä? Nee, eingespeichert ist das hier. Dieses kleine Vieh. Das haben wir eingespeichert. Das ist unser Speicherpunkt. Aber was ist das? Wir haben 100% im Nebel Forest. Ich finde, das Gumso-Siegel, das im Nebel Forest versteckt ist. Super. Ich bin da richtig stolz auf euch. Oh, oh, oh. Aber wir kommen hier nicht weiter. Da ist eine Mauer. Wir kommen da nicht weiter. Oh, ich war doch weit genug weg. Na, komm schon. Wir sind quasi genau hier. Oh. Oh, 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 oh. Danke. So. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Alles klar. Dann sage ich erstmal, speichern wir wieder hier bei diesem komischen Punkt. Und ich lasse euch mal eine Woche Zeit, um vielleicht zu helfen, was die von mir wollen. Ich weiß es ehrlich gesagt nämlich gerade selber nicht. Und ja, leider hat das am Wochenende nicht wirklich geklappt mit dem Outlast. Aber ich bin jetzt soweit erstmal durch mit meinen ganzen Bewerbungsgesprächen. Ich hoffe, dass in nächster Zeit jetzt erstmal keine kommen werden, zum einen für die ganzen Feiertage jetzt. Und ja, dann wünsche ich euch doch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so zu schauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, diesmal wirklich am Samstag mit Outlast. Und wenn nicht, am Mittwoch mit Uri auf jeden Fall. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüüüüüü!